Ja, kleiner Nachsatz zu Michelle. Wie gesagt, ich habe sie mal persönlich getroffen. Hallo Michelle, ich finde traurig, dass du aufhörst. Es ist niemals das Ende, selbst wenn du dich jetzt ein bisschen zurückziehst, kannst jederzeit bei mir anklopfen, ob wir mal was zusammen aufnehmen. Ich produziere ja auch Musik und von daher, wie gesagt, ganz bescheiden, sage ich dir, Kopf hoch, mach das Beste draus. Wenn du jetzt aufhörst, wenn du dich komplett zurückziehst, dann wird jeder Tag, den du dich länger zurückziehst, schwerer, wieder reinzukommen. Es sei denn, du hast ein mega Comeback, aber dafür müsstest du jetzt eigentlich noch am Ball bleiben, um dann zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt für zwei, drei Wochen oder vielleicht einen Monat zurück und dann kommst du mit einem knalligen Comeback. Das würde ich mir persönlich als stinknormaler Mensch, wie wir alle sind, wir sind alles nur Menschen, wünschen. Ja, also ich mag dich und ich finde auch, du hast eine sehr eingängige Stimme. Du bist, ja, eine, nicht nur eine Schlagersängerin, sondern du bist, du bist, hast dir einen Namen gemacht mit deiner Stimme zusammen und das soll erstmal jeder schaffen. Das muss man erstmal schaffen, du hast wirklich einen Namen. Und wenn man, wenn man deine Songs hört, also wenn man deine Stimme hört, dann weiß man sofort, das ist Michelle. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir und denk nochmal drüber nach, ob du wirklich dich ganz zurückziehen willst aus diesem Haifischbecken.